Eatrice Egli legte mal wieder einen atemberaubenden Auftritt hin. Bei der Giovanni Zarella Show war die Schweizerin als Gast geladen und überzeugte nicht nur mit ihrer schönen Stimme, sondern vor allem mit ihrem Mega-Look. Im Glitzer-Menü performte der Schlagerste auf der Bühne und sah unglaublich sexy aus. Kürzer durfte das Dress aber wirklich nicht mehr sein. Auf der Bühne verdeckten die langen Fransen noch die Beine der Sängerin, doch auf der Couch mit Gastgeber Giovanni zeigte sie deutlich mehr Haut. Ihre heißen Kurven kamen in dem hautengen Kleid perfekt zur Geltung. Alles in allem legte Beatrice so mal wieder einen unvergesslichen Auftritt hin.